Aufmerksam jetzt mal. Wir kommen zur Rechtsaußenposition, die heimliche Königsposition auch im Handball, das wisst ihr ja alle. So Männer, wir kommen zur Königsposition, Rückraum links. Jungs, wir kommen zur wichtigsten Position beim Handballspiel, dem Torhüden. Wir kommen jetzt zur Linksaußenposition. Ihr wisst ja genauso gut wie ich, dass das die Spieler sind mit der technisch besten Ausbildung auf dem Handballfeld.